Häufig gibt es Unterbrechungen bei der Arbeit, wo es nötig ist, die Maschine einfach kurz mal ablegen zu müssen. Dazu lässt sich mit dem neuen Schnellverschluss die Maschine einfach trennen und genauso schnell im Anschluss auch wieder betriebsbereit setzen. Die Heckenschere findet sich automatisch mit dem Akku und lässt sich per Doppelklick einfach neu starten. Untertitelung des ZDF, 2020